Hey! Und willkommen zu einer neuen Folge. Ja, Manu, ich darf anfangen. Nein! Mann, Leute, er hat die Herausforderung angenommen. Wie schieß ich? Gedrückt halten. Die Herausforderung angenommen und da muss ich ganz schön meine Indies in meinen Kopf reinstecken. Ja, das war das mein Plan. Ja. Guck mal, ich hab alles reingemacht. Fünf mit Hälfte. Wisst ihr was? Ich töte jetzt meine Regel. Was ist deine Regel? Ich hab da keine Lust mehr drauf. Das wird so lange random reinballern, bis irgendwer aus Versehen was reingemacht hat. Die wird jetzt sterben. Wow. Nach drei Jahren oder so. Weißt du, und das mit dem Billiard Anfänger. Ja, klar. Ja, mit der anderen Regelung würdest du gar nicht mehr auf dein Leben klarkommen. Ja, beruhig dich mal. Vielleicht würde ich einfach schummeln und so aussehen lassen, als würde ich einfach nur schießen, aber in Wichtigkeit treff ich. Ja, Manu, gewinnst du jetzt? Ja, ich mach's, das meistens in einem Zug fertig alles. Ach so. Mama, hol mal schnell das Lineal. Warte, hab ich hier eins grad? Weil du wieder gestern in der Schule warst. Ja. Ja, in der Schule. Ja, da geht ihr sogar rein, Alter. Oh, ich mach's echt zu. Ja, find ich gut, da muss ich gar nicht viel spielen, weißt du? Ja, einfach nur reden. Und wie war dein Tag? Au! Hast du schon was Schönes gegessen, oder? Ja, ja. Brot. 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 Brot, hab ich gegessen. Mehr kann ich mir nicht mehr leisten. Das gesündeste Brot von allen. Scheiße. Nein, jetzt komm, weißt du, da hätte jetzt die Schwarz reingemusst. Da hätte ich gekichert. Warte, ich muss jetzt die Schwarz reinmachen. Du bist dran. Hast du gemeint. Genau. Geht das überall? Guck mal, er sagt dir sogar, dass du das nicht darfst. Nein, guck doch, das Zeichner ist ein Zeichner, darfst du nicht. Ja, das heißt, mach bitte. Ja. Oh, oh, der geht noch, der geht noch. Der geht, uh, uh, uh. Wie er noch drei berührt hat. Lol. Ich hätte nie gedacht, dass Mordado so krass ist. Ja, guck mal, jetzt kriegst du keinen rein. Scheiße. Die liegen alle. Doch. Die liegen, nee, schaffst du nicht. Ey, das, das war doch. Warum hab ich den denn nicht reingemacht, ey? Hab ich gesagt. Deine ganzen Kugeln sind im Weg, mach mal ein paar rein, bitte. Warte, wie geht denn das? So, ich ziehe jetzt hier. Ja, ja, genau. Pack das Lineal weg. So, an dem Monitor dran. So, 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 gerade war gut. Jetzt geht's, glaub ich, nicht mehr. So? Oh, okay. Du hast bessere Augen als ich. Nee, das ist mein Monitor. Ja, so ein integriertes Geo-Dreieck wär cool. Was man rumschieben kann mit der Maus. Ich würd gerne schummeln in den Aufnahmen. Bei Minekraft ja auch immer. Schade. Oh, oh, guck mal. Aber, ach ja, meine Gelb liegt zwischen deine Gelb. Danke. Ah, nee. Doch nicht. Nee, ist trotzdem Kacke. Du kannst dir meine Lieder da reinmachen. Hm. Ich könnte das probieren, aber dann stoße ich alles von dir. Ach, komm, ist mir egal. Dann schaffst du eh nicht. Oh. Nein, die weiße. Ja, Gott sei Dank. Ja, 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 ja. Sie ist vorbereitet. Geil. Hast du irgendwas, was gut ist? Ja, doch, die rote würde ich machen. Die rote ist einfacher als die da. Hä, war die da? Nein, nein, unten die. Der ist ja nicht rot. Das ist rot, ja. Das ist rot. So. Oh, man war Lieder. Ja, ich, ach so. Beeil dich, beeil dich. Oh Gott, oh Gott. Ja, er hat's geschafft. Naja. Ja, berührt. Nee, berühren, es reicht schon. Ist auch schon mal was wert. Nee, es liegt nicht Kacke. Doch. Beide liegen nicht Kacke. Das schaffst du nicht. Ich probier jetzt aber. Probier uns die noch anzuspielen. Ich muss den demotivieren. Weißt du, das schaffst du auch. Nein. Ich hätte doch die untere Sage spielen sollen. Ich verhexe dich die ganze Zeit. Ja, machst du auch. Manu schafft nicht den Ball rein. Das ist ja auch das größte Gerücht, was um dich rum geht, ne? Dass du eine Hexter bist wegen deiner Lache. Und mittlerweile glaube ich es auch. Oh, trifft das jetzt mal? Nee. Oh, guck mal, ich helfe dir. Loll. Ach, komm. Doch, doch. Ja, ja, bleib doch stehen, bleib doch. Nee, ja, geh doch. Ach, Mann. Da, der ist einfach. Schau, wir waren wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja, gut. Sehr gut, ausgezeichnet. So, und jetzt kann ich die... Ich probier wieder was Schwieriges. Ist mir doch egal. Komm. Ja. Hat sich gelohnt. Ja. Ja, Mann, gut gemacht. Danke. Ja, Mann, da ist doch alles voll mit deiner Scheiße. Ja, aber ich kann nichts treffen. Dann baller einfach rein, komm. Nee, 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 nee. Ich treff jetzt, ich treff jetzt. Obwohl, wenn ich versuche zu treffen, ist es peinlich, wenn ich nicht treffe. Ja, eben. Deswegen baller einfach rein. Hab's geschafft. Das war so geplant. Der sollte natürlich unten rein. Ja, ja. Oh, ich hasse solche Bälle. Zack. Und der geht noch mit. Komm, der geht noch mit. Ach, scheiße. Und jetzt. Jetzt die lila, ne? Mit der roten. Ja, geil. Und schon hat er fast so viele drin wie ich. Oh, jetzt. Die ist doof. Den blauen, doch, den schaff ich, den schaff ich nicht. Warum gehst du weiter weg vom Mikrofon? Hast du das Geodreit geholt? Ich bin gerade, ja, eben. Oh. Oh. Könnte aber gehen, könnte aber gehen. Oh, nein, ein bisschen stärker. Ja, ich kann sie, ich kann sie bewegen. Nice. Was kannst du bewegen? Hey, warum? Der cheatet. Weil du Scheiße gemacht hast. Was für Scheiße habe ich gemacht? Weil du keine reingemacht? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Okay. Ja. Darfst du meine nicht anschießen? Nee, nee, genau. Nee, nee. Ich darf deine nicht anschießen. Ich darf die schwarze nicht anschießen. Das geht alles nicht. Oh. Soll ich das probieren? Mit blau auf lila? Oder soll ich Save spielen? Hey, Save. Es gibt kein Save. Das ist ja noch schwieriger als das, was du da vorgesagt hast. Okay. Wer meint? Mach die ganz, ganz oben am Rand. Genau. Ein bisschen mehr. Ja, genau so. Ja, jetzt ist das schon verkackt. So geht sie nicht. Ey, wenn die da jetzt reingegangen wäre. Oh, aber deine, deine, die tat jetzt echt gut, muss man sagen. Also, puh, wenn du das jetzt verfehlst, Manu. X, X. Mach ich aber nicht. X, X. Ja. Nein. Oh nein. Nur noch die 8 ist übrig. Ach, du meinst die, die ich nicht anspielen kann? Weil die im Weg, ja geil. Ich darf jetzt auch nicht deine anspielen. Das geht auch nicht. Doch, doch, das geht. Aber dann würde ich halt verlieren, wenn die dann reingehen würde. Soweit ich weiß. Ja, warum das? Weil es ein Foul ist. Weil es ein Foul ist. Ne, ne, aber es würde, ja, ich muss ja irgendeine negative Konsequenz daraus ziehen. Wenn ich mit einem Foul gewinne. Ich darf die bewegen. Ja? Warum auch immer. Ja. Weil du sie nicht reingemacht hast. Ja, ja. Ach, shit. Jetzt hat der die freie Bahn. Ey, wenn ich jetzt gegen den verliere, dann. Aber ich will den Schwarzen nicht anschießen. Ja, muss aber. Soll ich einfach ballern? Also, wenn du die so triffst, dann kann die gar nicht reingehen, glaube ich. Was? Hä? Also, so würde sie vielleicht re... Oh Gott! Was war das? Alter. Ja, gut, jetzt hab ich die... Vor allem, ich sag das und er schießt einfach ins und rein. Ach, so geht die nicht? Okay. Ach, komm, ich mach einfach... Oh, scheiße, so geht die doch egal. Oh, oh, oh. Ja! Guck mal, Glitzerstern. So, noch ne Runde, ich will noch mal spielen. Weißt du, Manu, aber dein Arbeiter sieht ganz schön traurig aus. Ja, ist er auch. Ist er auch. Neues Spiel. Ja. Ach genau, mein Gegner, ja klar. Du warst gerade schon dran. Ja, aber nur weil du zu langsam warst. Ja, das stimmt. Boah, bist du kacke, Alter. Nee, ich bin geskillt. Man nennt mich auch der Skiller 3000. Ja. Deshalb hab ich mich immer an der Schule genannt. Warum hast du hier Mordado? Was ist das für ein Primer? Ja, das war mir... Ich wollte dann nicht den ganzen anderen Leuten immer meinen Skill aufdrücken. Okay. Aber jetzt. In dem es erwähnt. Hat man ja gerade gesehen. Ich hab ja eindeutig gewonnen. Ja, hast du. Würde ich mal sagen. Ja, eben. Bist der Gewinner meines Herzens. Alter, als ob. Alter, okay. Das war so risky. Ich überreiche dir meinen Team. Ja, da wollte ich gerade sagen. Den hast du dir jetzt verdient. Ja, was mach ich jetzt? Ja, den Orangenen gegen den Blauen. Und dann... Ja, stimmt. Weiter nach links, weiter nach links. Er muss ja quasi... Ich weiß, ich weiß. Das ist immer noch falsch. Hä? Okay, also mit dem Ausgang hätte ich gar nicht gerechnet. Hab ich überhaupt nicht verstanden. Hier, irgendwie ist da einer im Weg. Ja. Hast du gut gemacht? Nee, die obere. Ach nee, achso, das geht gar nicht. Oh. Dann probier doch mal die unten rechts. Ja, das geht. Genau, mach. Baller rein. Oh. Oh. Das war sch... Guck mal, ich hab dir auch eine geschenkt. Ach, das ist ja nett. Bin ich jetzt dran? Nee. Nee. Also wenn zuerst deine reingeht, dann darfst du sogar noch eine von mir reinballern. Und bist trotzdem noch dran. Auch schön zu wissen. Ach, komm mal, jetzt gewinnt der hier. Warum hab ich nur noch drei, hä? Ja, weil ich eine für dich reingemacht hab. Ja, das weiß ich aber. Trotzdem erscheint es mir gerade sehr wenig. Nee, das kann ich nicht so anballern, ey. Komm, ich geh jetzt mal auf Nummer sicher. Oh, die Zeit. Tick, tack, tick, tack. Alter! Die ist ja... Straight rein. Meine Flüche funktionieren nicht mehr. Nee, ich hör dir auch nicht mehr zu. Ist vorbei. Ja, scheiße! Ja, geil. Danke, Obama. Komm, ist mir egal. Dreckiger Lacker. Was war das denn? Was war das denn? Alter! Ich bin der Auserwählte. Ja. Ich bin der Messias des Billards. Nur noch die Acht ist übrig. Ja, toll. Und jetzt? Kann ich da unten links eigentlich machen? Was? Äh, hallo? Nee, du kannst dir da Schläger kaufen. Ach, für echt Geld? Ja. Oh, fuck it. Oh, der habe ich noch In-Game-Coin. Alter, geh nicht rein. Oh, gut. Ich habe eine für dich reingemacht. Jetzt sind wir quit. Ja, genau, quit. Weißt du, ich habe die hier zu einer Strähne. Ja, genau. Da ist das nicht alles. Ja, das ist echt scheiße. Die ist ja richtig kacke. Wird das was? Oh. Ja, ja. Ey, Alter. Nee, die rollt nicht. Nein. Aber die hält davor an. Ach. Also wäre auch nicht. Aber das war... Ja, das stimmt. Das wäre nice gewesen. Ich kann gar nichts machen wieder. Das ist richtig kacke. Was soll ich denn da jetzt machen? Wie wär's denn mit der... Потому? Hahaha. Polo wap. Ja, irgendwie wollte ich jetzt die Weise platzieren, dass du schlecht reinkriegst, aber die schwarze liegt gerade so gut. Ja, dann spiel doch die rein! Dann hast du auch verloren. Die schwarze? Ja, ja. Kann ich doch nicht. Geht gar nicht. Ach, geil. Ja, dann darfst du mich ja nicht mehr drankommen lassen. Dann spiel jetzt so, dass du nochmal dran bist. Oh, oh, beeil dich. Danke. Oh, wach! So. Was ist das denn? Ja, wir ballern einfach rein. Und irgendwie geht die schon. Mann. Oh. Ja, das war traurig. Das war traurig. Time to say goodbye. Ja! Nein, nein. Oh, der wäre sogar noch reingeflutscht. Alter Vater. Ja, gut. Dann bewerte mal den Part. Vielleicht das nächste Mal gegen wen anders, weil der kann das gar nicht. Ja, ich bin schlecht. Schaut aber trotzdem in die Videobeschreibung. Der macht da bald eine Road to Master Reihe in Billiard. Jeden Tag zwei Folgen Billiard um 16.30 Uhr und 18.30 Uhr. Ab morgen. Die Konkurrenz ist stark und hart. Ja. Und in einem Monat sehen wir uns dann wieder hier. Tschüss. Tschüss. Tschüss.